...des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich knapp zur Erde, denn es soll wieder einmal Weihnachten werden. Nach guten Hufen bin ich jetzt gekommen. Hier gibt es viele liebe Kinder. Und Geschenke habe ich auch mitgebracht. Aber für die bösen Kinder gibt es die Rude. Aber ich glaube, wir haben nur liebe Kinder hier. Und jetzt werden wir mal Geschenke verteilen.